10 Sekunden, bereit sein! Wieder Aufverstehung. Überlebe, dann kann dein Team zurückkommen. Eliminiere Ziele, um sie schneller zurückzuholen. Du bist der Truppführer. Leg einen Einfliegspunkt für deinen Trupp, der Soldat. Versteht er? Das geliebt ist heiß. Ziele war Kürt. Was ist das? Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Ich habe das Auto wieder ausgeschaltet. Markiere den Rest von ihnen. Ich brauche Mittelkaliber-Munition. Sturmgewehr hier. MP markiert. Das Gas bretet sich aus. Zeit für Vergeltung. Du steigst wieder ein. Sturmgewehr hier. Hier gibt es nicht mehr. Euer Trupp hat es in die Sicherheitszone geschafft. Ich bin getroffen. Trupp-Mitglied steigt wieder ein. Gut gemacht. Munition hier. Munition mitten. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Der Feind nähert sich. Trupp-Mitglied ist wieder in Position. Verstärkung ist jetzt unterwegs. Munition mitten. Munition mitten. Munition mitten. Nutzen. Kuftar. Du hast die Tatung an. Du hast sie gehört. Wütschen die Tatung an. Aber das ist nicht mehr nah. Inhalte wird es nicht mehr nah. Ja, oder! Wir schicken dich zurück an die Front. Verdiene es dir. Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Feindliche Drohne in der Luft. Aktivität hier. Scheiße, ich bin nicht der Feind! Also gut, bringen wir dich auf die Beine! Das Gas kommt! Hier gibt es nicht was. Achtung, da sind Feinde! Okay. Achtung! Trupp-Mitglied ist wieder in Position. Gute Arbeit! Hier bewirkt mich auf, Herror. Ich brauche Mittelkaliber-Munition. Geil! 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 Geil!